Die Brettspielmesse Spiel24 steht kurz bevor und damit natürlich auch die Herbstneuheiten. Einige von den Herbstneuheiten sind schon verfügbar und einige habe ich schon ausprobiert. Ich möchte euch ganz gerne heute sechs kurz vorstellen und darüber sprechen, wie sie mir gefallen haben. Auf geht's! Das erste Spiel, von dem ich euch berichten möchte, ist Beutezug. Beutezug ist ein kleines Familienkartenspiel für zwei bis fünf Spieler von Amigo ab acht Jahre. Dauert ungefähr 20 Minuten und bei Beutezug geht es darum, dass wir in ein unterschiedlichen Wohnvierteln unser Unwesen treiben. Wir sind quasi Einbrecher und wir wollen möglichst viel Beute erlangen. Beute sind quasi solche Karten hier. Das sind ja so Beutekarten. Die haben immer einen Punktewert. Zeige ich hier oben mal einen Punktewert hier oben. und die haben hier verschiedene Würfel bzw. das sind quasi verschiedene Hindernisse, die uns im Weg stehen. Schlösser, Türen, Wachhunde und so weiter und so fort. Und hier stehen quasi auch noch Würfel. Ja, und wir müssen eine bestimmte Augenzahl mit diesen Würfeln erreichen. Aber es läuft einfach so ab. Über sieben Runden wollen wir ja die meisten Beutepunkte erlangen. Und die sind auf diesen Karten und auch noch auf so Bonusmarkern. Und immer wenn wir dran sind, dann können wir einen oder unseren Marker, unseren Charaktermarker auf eine der ausliegenden Beutekarten legen. Und dann wird in umgekehrter Spielereihenfolge ja gewürfelt. Es werden dann versucht, diese Beutekarten zu schnappen. Wir müssen dann diese Würfelwerte erreichen, auf denen unser Chip liegt. Und wenn wir das erreicht haben, kriegen wir diese Beutekarte in unserer Auslage. Wenn wir es nicht erreicht haben, dann kriegen wir so eine Trostbeutekarte, die uns einfach mal einen Punkt bringt oder vielleicht noch einen Bonus bringt. Und dann haben diese Beutekarten noch so kleine Boni, wo wir dann irgendwie Würfel nochmal würfeln dürfen. Oder wo wir zum Beispiel Würfel in verschiedenen Farben um einen erhöhen können. Die können wir dann einmal pro Runde einsetzen. Und ja, da geht es so darum, die meisten Beutepunkte zu erlangen nach sieben Runden. Und das Coole ist, dass wir uns so ein bisschen ja auch gegenseitig im Weg stehen können. Also wir können auch unseren Chip auf Beutekarten in der Auslage legen, auf denen schon jemand anders sein Chip gelegt hat. Und wenn wir dann als erstes dran sind, weil wir in der Spielereihenfolge weiter hinten sind, weil wir deswegen dann ja quasi als erstes oder als nächstes würfeln, dann können wir die Beutekarte, auf die sich jemand anders auch gelegt hat, wegschnappen. Und derjenige rutscht dann eine Kategorie tiefer in schlechtere Beutekarten, bekommt da eine zufällige Beutekarte und kann die dann holen. Aber ja, wir können dann den Leuten Beutekarten wegschnappen. Und es ist dann quasi wichtig, ja, darauf zu achten, in welcher Platz man ist in der Spielereihenfolge. Also es ist immer besser, weiter hinten zu sein. Aber ich bin nur weiter hinten, wenn ich weniger Punkte habe. Das heißt, ich muss immer möglichst schauen, dass ich zu meinen Mitspielern ja gerade so knapp hinten liege, damit ich im letzten Moment richtig zuschlagen kann. Ja, lustiges kleines Familienspiel, bei dem man einfach ein bisschen würfelt. Ist natürlich sehr glückslastig, aber ja, hat mir sehr gut gefallen. Wir hatten auf jeden Fall jede Menge Spaß. Wir haben es gleich zweimal hintereinander gespielt. Hat richtig viel Spaß gemacht. Die nächste Neuheit, die ich euch ganz kurz vorstellen möchte, ist Lego Monkey Palace. Ja, Asmodee hat eine Kooperation mit Lego am Start. Und sie haben jetzt ein Lego-Brettspiel herausgebracht. Asmodee war so nett und hat mir dieses Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt. Und wir haben es gespielt und ich möchte euch ganz kurz berichten, wie es mir gefallen hat. Es war tatsächlich etwas anders, als ich es erwartet habe, aber nicht negativ, sondern ja, es war anders positiv. Ich war sehr gespannt, wie so ein Lego-Brettspiel aussehen könnte. Und ja, es ist jetzt quasi ein doch fast schon sehr denklastiges Spiel geworden. Also eigentlich ist es, würde ich sagen, ein Familienspiel. Ich glaube, wenn man das als Kenner oder Expertenspieler häufiger spielt, dann zerdenkt man das ziemlich. Und dann kann man das auch, ja, es ist tatsächlich auch ein bisschen broken. Also das war auf jeden Fall so der Eindruck meiner Erstpartie. Aber für Familienspieler ist das richtig cool. Wir versuchen hier einen Palast zu bauen, beziehungsweise wir versuchen Treppenstufen zu bauen. Es ist so, immer wenn man dran ist, dann kann man mit seinen Steinen und diese Steine bestehen tatsächlich einfach nur aus Bögen und aus kleinen Säulensteinen und etwas größeren Säulensteinen eine Treppe bauen. Es geht immer darum, dass wir unten auf der Plattform anfangen und dann eine Treppe mit allen Steinen, die wir haben oder wir können auch weniger Steine benutzen, nach oben hin bauen möchten. Das heißt, ja, wir wollen immer höher bauen und dann bekommen wir am Ende, nachdem wir das alles gebaut haben und dann vielleicht noch so Verzierungen draufgesetzt haben und irgendwelche Boni eingeheimst haben, irgendwie einen Affen können wir dann versetzen, Schmetterling können wir vielleicht versetzen oder auch uns so einen Frosch holen, bekommen wir Affenpunkte. Je nachdem, wie viele Bögen wir quasi gebaut haben. Also für jeden Bogen gibt es irgendwie einen Punkt, einen Affenpunkt und dann gibt es für, wenn ich die höchste Verzierung habe, in einer bestimmten Farbe nochmal einen Punkt. Und dann können wir uns Karten kaufen mit diesen Punkten und auf diesen Karten sind zum einen Sofortboni drauf, wo wir uns wieder neue Steine holen können und es sind Einkommensboni drauf, wo wir dann quasi jede Runde nochmal Steine als Einkommen bekommen können. Und ja, dann versuchen wir quasi unser Einkommen zu erhöhen, damit wir möglichst viele Steine haben, damit wir möglichst viele Bögen und viele Säulen haben, um möglichst hochzubauen. Und so holen wir uns immer neue Einkommenskarten und immer neuen Steinen, die wir dann immer wieder verbauen und dann machen wir das so lange, bis quasi die Steine alle sind und ja, dann alle Spieler die gleichen Anzahl an Zügen hatten. Und dann zählt man seine Bananenpunkte, denn auf jeder Einkommenskarte, die man sich holt, sind auch Bananenpunkte. Es gibt dann auch noch Karten, die etwas teurer sind, die kein Einkommen bringen, aber besonders viele Bananenpunkte haben. Ja, dann versucht man eigentlich im Grunde genommen ja möglichst effektiv seine Bögen einzusetzen. Das funktioniert tatsächlich für Familienspieler, glaube ich, ziemlich gut, wenn man das nicht zu häufig spielt und auch, glaube ich, mit Kindern funktioniert das wirklich toll, weil die dann ja sich vorstellen müssen, okay, wo kann ich denn den Bogen bauen, damit ich da irgendwie hochkomme? Wie viele Säulensteine muss ich da drunter setzen, damit das irgendwie klappt? Aber tatsächlich, wenn man das als Kenner oder Expertenspieler zu häufig spielt, dann ist es ziemlich broken teilweise, weil man ja, weil man Leute oder keine Leute am Tisch haben hat, die einen Sachen verbauen. Man eigentlich im Grunde genommen in jedem Zug es schaffen kann, alle seine Bögen zu verbauen und dann so eine ziemlich coole Balance zu haben zwischen Bögen und Säulen und dann ja jede oder relativ früh jede Runde sich so eine Zehner-Punkte-Karte holen kann. Ja, es gibt aber Möglichkeiten, auch so interaktiv sich gegenseitig was zu verbauen, wenn man irgendwie merkt, okay, der eine, der hat einfach extrem viele Bögen, aber relativ wenig Säulensteine, dann versucht derjenige ja eigentlich immer seine Treppen auf vorhandene Treppen, aber immer nur eine Ebene höher zu bauen. Das kann ich halt dem komplett verbauen, wenn ich merke, er hat zu wenig Säulensteine, indem ich ja da irgendwo was querlege oder irgendwo mich da auf diese Treppe auch draufbaue und das besonders hochbaue, weil er dann wahrscheinlich das nicht mehr machen kann, weil er zu wenig von diesen Säulensteinen hat. Ich muss aber selber auch aufpassen, dass wenn ich irgendwie zu viele, zu wenig Bögen habe und zu viele von diesen Säulensteinen, dass ich dann überhaupt irgendwas finde, um eine Treppe nach oben zu bauen. Also ja, man kann ein bisschen taktieren, aber grundsätzlich ist es immer sinnvoll, möglichst viele Bögen zu bauen, weil man dann einfach viele von diesen Affenpunkten kriegt und viel Einkommen kriegt und es ist einfach super wichtig, am Anfang Einkommenskarten zu sammeln. Ja, aber ein ganz lustiges Game und es wirkt auch ziemlich cool. Also die Tischpräsenz ist wirklich toll. Es macht Spaß, mit den Lego-Bögen da rumzuhantieren, die einzusammeln und sich dann zu überlegen, okay, wo baue ich meine Treppe? Links, rechts, quer? Es gibt so ein paar Bauregeln, die am Anfang nicht so ganz eingängig sind. Also man muss das doch relativ, ja, vielleicht, ich weiß nicht, ob man das Kindern besonders gut erklären kann. Also es gibt halt mit, wir müssen irgendwie unten anfangen. Man darf die mittleren beiden Noppen nicht benutzen, weil ich mich dann frage, wieso habt ihr keine Steine genommen, die in der Mitte keine Noppen haben? War wahrscheinlich zu teuer oder ich weiß gar nicht, ob es solche Steine gibt. Ich bin kein Lego-Experte. Aber ja, ich muss sagen, es hat mir durchaus wirklich gut gefallen. Kann mir aber vorstellen, dass das für Kenner und Expertenspiele auf Dauer oder vielleicht auch schon auf kurze Dauer so zwei, drei Partien dann doch relativ langweilig wird. Aber für ein Familienspiel muss ich sagen, wow, richtig, richtig cool mit einem tollen Ansatz dieses, ja, spielerisch irgendwie in die Höhe bauen und sich dann Sachen vorstellen zu müssen, wie es funktioniert. So ein bisschen dreidimensionales Denken zu fördern. Das schafft Lego, ja, wie kein zweiter Spielzeughersteller, wie ich finde. Und ja, hat mir sehr gut gefallen. Dann kommen wir zur Abwechslung mal zu einem etwas älteren Spiel, was ich aber endlich mal wieder gespielt habe. Und es war einfach wieder ein Fest, Cryptid. Es ist einfach ein Dauerbrenner. Ich spiele es immer wieder gerne. Ich freue mich, wenn es auf den Tisch kommt. Wenn jemand es vorschlägt, bin ich sofort dabei. Es ist keine Neuheit, aber es ist einfach ein Spiel, was man immer mal wieder erwähnen muss, was ihr euch immer mal wieder angucken solltet, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Was ich einfach, ja, so sehr empfehlen kann, weil es einfach so genial designt ist. Bei Cryptid versuchen wir, ein Monster zu finden auf solchen Hexfeldern hier. Da ist quasi irgendwo ein Feld in dieser Karte, die wir dann auf dem Tisch liegen haben, auf welchem sich das Monster befindet. Und dieses Feld wird bestimmt durch Hinweise, die jeder Spieler hat. Sowas wie, ja, es muss irgendwie eins neben der Wüste sein oder es muss auch Wasser oder Sumpf sein. Und zusammengenommen all diese Hinweise ergeben auf dem Spielfeld genau ein Feld, auf dem es sein kann. Und dann versuchen wir durch Fragen der Mitspieler, durch Fragen an die Mitspieler herauszufinden, wo das Monster sein kann. Also wir fragen dann sozusagen immer einen Mitspieler, ja, kann das Monster hier sein? Und er muss dann immer mit Ja oder Nein antworten und das dann markieren auf dem Board. Und so kann man dann, ja, die verschiedensten Hinweise der einzelnen Mitspieler deduzieren und dann am Ende einen Rateversuch oder einen Lösungsversuch starten. Und das Spiel ist einfach so genial designt, weil es so minimalistisch ist und so. Es hat unendlich viele Möglichkeiten, das, ja, zu kombinieren. Also man kann quasi sich bei keinem einzigen Spiel merken, wo das Monster denn eigentlich war. Man kann das skaliert toll in unterschiedlichen Spielerzahlen, weil dann die Schwierigkeit hoch und runter geht. Es gibt dann noch so einen extra schweren Modus. Und es sieht einfach so geil minimalistisch aus. Ich liebe das, diese pläne Karte mit diesem einen Pöppel, den man irgendwo hinstellt und fragt, ja, kann das da sein oder nicht? Und dann hat man nur Cubes und Scheiben, die man da hinlegt. Also es ist einfach, es ist einfach eines der besten Deduktionsspiele und es ist für mich ein All-Time-Top-Ten. Deswegen musste ich das heute nochmal vorstellen zwischen diesen ganzen Neuheiten, damit es ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt als vielleicht sonst. Ja, Cryptid, ein tolles Game. Das nächste Spiel, von dem ich euch berichten möchte, ist Atlantis Exodus. Atlantis Exodus ist das neue Kennerspiel von DLP. Ich habe dazu auch schon ein Einzelvideo gemacht mit Regelerklärung, aber die meisten von euch mögen ja auch ganz gerne diese Kurzreviews hier, diese Kurzfazits. Deswegen möchte ich das gerne hier auch nochmal an dem Gespielt einmal kurz ansprechen. Und ja, grundsätzlich ein richtig geiles Kennerspiel, bei dem ich so die Kategorie Easy to Learn, Hard to Master sehe, obwohl das Ding ein paar Designschwächen hat, was so ein bisschen die Eingängigkeit angeht. Also es gibt so ein paar Sachen, wie ich muss irgendwelche, manche Plättchen kommen irgendwie in die Auslage, manche, da kann ich irgendwie zwei ziehen und dann die Auslage erst bilden. Es gibt manche Sachen, manche Karten, die irgendwie eine andere Rückseite haben, als sie irgendwie haben sollten. Also es gibt so ein paar Sachen, wo ich sage, wow, okay, das hätte man irgendwie noch geil erlösen können. Aber grundsätzlich ist das spielerisch ein richtig geiles Game, was mir extrem viel Spaß gemacht hat. Thematisch sind wir, ja, in Atlantis. Atlantis ist noch nicht untergegangen, aber wir wissen, dass Atlantis untergehen wird. Und wir wollen möglichst viele Leute in Atlantis ausbilden und sie dann irgendwo hinchecken, damit sie die Geheimnisse und das Wissen von Atlantis bewahren, wenn es dann untergeht. Und darum geht es im Grunde genommen spielerisch auch hauptsächlich bei dem Spiel. Wir bilden so kleine People aus, Arbeiter, Gelehrte und Wissenschaftler und die können wir in verschiedenen Berufen zuordnen oder in verschiedene Berufe noch checken und die da ausbilden. Und dann checken wir sie irgendwo hin, entweder auf ein Schiff oder irgendwie in die Werkstatt oder auf ein Monument. Und immer wenn wir welche wegschicken, dann bekommen wir irgendwas, je nachdem, welche Profession die hatten. Und dann gibt es verschiedene Ressourcen. Im Grunde genommen, ja, es gibt so Bücher, drei verschiedene Arten und dann gibt es noch Gold. Wobei Gold eigentlich ein viertes Buch sein könnte. Ich weiß nicht, warum es dann Gold ist, aber ist egal. Und ja, diese Ressourcen muss man möglichst schlau managen und dann im richtigen Moment People ausbilden zu können und dann sie im richtigen Moment irgendwo hinschicken zu können. Dann gibt es natürlich noch eine Leiste, wo wir irgendwie hochlaufen können. Es gibt noch so Zwischenwertungen, wo wir ja möglichst viel auf unserem Tableau irgendwie gebastelt haben wollen. Ja, tolles Ding und es ist halt so ein bisschen beschränkt auf diesen einen Mechanismus und es ist halt dieses, ich kann als Kennerspieler das durchoptimieren. Bis zum Letzten, weil es halt nur diesen einen Mechanismus hat und weil es sehr gut gestreamlined ist im Grunde genommen. Also, ja, es ist schwierig zu beschreiben, aber ich kann mir vorstellen, dass das so in diesen, ja, wenn man das in mehreren Gruppen spielt, man das trotzdem ganz gut vergleichen kann und sich dann immer weiter verbessern kann. Entweder spiele ich das dann mit der gleichen Gruppe und verbessere mich da immer oder ich spiele es mit anderen Gruppen und versuche dann da meinen Highschool zu knacken. Und das funktioniert, glaube ich, ziemlich gut. Ich finde das, ja, Artwork toll, ich finde das Thema toll. Also, es hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Leider muss ich das Exemplar hier abgeben. Ich werde es zur Messe mitnehmen und dort wieder abgeben, weil es nur ein Laiexemplar war. Ja, schade drum. Ich hätte es gerne in meiner Sammlung behalten. Vielleicht hole ich es mir dann nochmal, damit ich es dann auch ein paar Mal spielen kann. Aber ich werde es sicherlich auch nochmal woanders mitspielen. Entweder bei Mirko oder bei Dennis. Müssen wir mal schauen. Und ja, dann werde ich euch auf jeden Fall nochmal berichten, wenn ich ein paar mehr Partien habe. Aber ja, jetzt mein Ersteindruck, auf jeden Fall tolles Ding mit ein paar Designschwächen, würde ich sagen. Das waren die ersten vier Spiele. Bevor es mit den nächsten drei weitergeht, noch ein kleiner Aufruf in eigener Sache. Ihr wisst, ich würde mich über eure Unterstützung freuen. Ich möchte mit meinem Kanal noch groß hinaus. Ich möchte natürlich wachsen. Und dazu brauche ich euch, ihr, die hier meine Videos schaut, die ihr kommentiert. Ich brauche eure Unterstützung in Form von Abos, in Form von Likes, in Form von Comments. Ich möchte ganz gerne mit euch eine Community aufbauen, hier auf meinem Kanal und weiter wachsen in den nächsten Jahren. Daher abonniert den Kanal, macht die Glocke an, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefällt. Und jetzt geht es weiter mit dem nächsten Spiel. Dann noch eine weitere Neuheit, die mich extremst positiv überrascht hat. Ich hatte schon geahnt, dass das Spiel ganz gut sein könnte. Deswegen hatte ich es angefragt beim Frech Verlag. Und es hat mich also sowas von positiv überrascht. Unsere Runden, die wir gespielt haben, waren so dermaßen lustig. Und ja, deswegen möchte ich euch ganz gerne Krakel-Orakel ans Herz legen. Bei Krakel-Orakel haben wir im Grunde genommen so eine Art so Klever-Verschnitt, aber mit Zeichnen. Es geht darum, dass wir so kleine Boards haben. Und dann kriegt jeder einen Begriff. Es gibt immer auf einer Karte, also ich zeige mal einmal ganz kurz die Boards. Das sind solche Boards, die haben hier so Linien. So gepunktete Linien sind alle unterschiedlich. Es gibt Boards mit ganz vielen Linien. Es gibt Boards mit weniger Linien. Wobei ich auch sagen muss, dass, glaube ich, die Boards mit weniger Linien sehr viel schwerer zu bekritzeln oder zu bekrakeln sind. Und dann bekommt jeder Spieler so eine Karte. Auf denen stehen zwei Begriffe. Ein leichter Begriff in weiß und ein schwerer Begriff in schwarz. Man einigt sich dann, welchen Begriff man wählen möchte. Und dann versucht jeder für sich, diesen Begriff, den er hier auf dieser Karte hat, auf diesem Board innerhalb von zwei Minuten zu malen. Und da man natürlich nicht freizeichnen kann, sondern sich an diese Linien halten muss, ist das Ganze relativ schwierig manchmal. Und es kommen ziemlich lustige Dinge dabei raus. Und dann mischt man am Ende, wenn alle fertig sind, noch drei Karten in die Karten von den Spielern. Sodass dann doppelt so viele Karten wie Spieler auf dem Tisch liegen. Die werden gemischt. Dann werden die aufgedeckt. Und dann müssen wir immer im Uhrzeigersinn reihum eine Karte ausschließen. Und wenn wir dann nur noch so viele Karten wie Spieler haben, auf dem Tisch liegen haben, dann gucken wir, wie viele Fehlpunkte wir haben. Also wie viele Karten wir ausgeschlossen haben, die aber zu Begriffen von den Leuten gehörten. Und dann schaut man, wie viele Fehlpunkte man hat. Und dann gucken wir, ob man gut ist oder nicht. Oder es ist auch völlig egal, Punkte und Punkte geht es bei dem Spiel nicht. Und da kommen so geile Sachen bei raus. Wir hatten dann einen Begriff. Wir haben dann auch die schweren Begriffe mal ausprobiert. Und ja, ich weiß gar nicht, ob das ein schwerer Begriff war. Auf jeden Fall war das eine Begriff Festival. Und das war so geil, weil dann hat jemand das Festival gemalt von oben. Ganz viele kleine Punkte so gemacht, was dann die Festivalbesucher darstellen sollte. Dann so kleine Dreiecke in den Ecken gezeichnet, was dann die Zelte, was das Zelt darstellen sollte. Und dann noch so die Bühne von oben. Quasi einfach nur so ein Quadrat. Und dann hat man direkt gewusst, okay, das ist das Festival. Ist ja witzig, von oben gezeichnet. Und dann, ja, es gibt so lustige Sachen, wie ich zum Beispiel auch Jubiläum habe ich dann gehabt. Und dann habe ich so, ja, wie soll ich denn Jubiläum zeichnen? Dann habe ich halt, ja, so quasi feuerwerksartige Striche, so in so einem Kreis. Und dann halt so eine gefakte Zahl. Man darf halt keine Zahlen, Buchstaben malen. Aber es sah dann so aus wie in der Mitte irgendwie, ja, irgendwie so eine Zahl. Und es wurde tatsächlich erraten, dass das das Jubiläum sein sollte. Und das ist ja richtig, richtig cool. Und das Coole ist halt, man muss nicht zeichnen können. Ich kann extremst schlecht zeigen. Ich bin Linkshänder. Ich hatte immer eine 4 oder 5 in Kunst. Und bei dem Spiel fühle ich mich mega wohl, weil man halt so ein bisschen abstrakt zeichnen kann. Und das nur so andeuten kann. Und einfach Ideen haben kann. Aber man muss es nicht gut ausführen können, weil die Linien helfen einem ja. Mega cool. Und ich muss sagen, also wahrscheinlich löse ich damit jetzt einen Shitstorm aus. Ich bin ja nicht so der Soclever-Fan. Ich finde es ganz gut. Und viele sagen, ja, oh, bestes kooperatives Spiel aller Zeiten. Ich finde es gut. Aber ich muss sagen, Krakel-Urakel finde ich geiler. Ich finde es geiler. Ich hatte mehr Spaß. Weil bei so Klever, da grübelt man und es ist so ernst. Und irgendwie, es kommt gar keine Stimmung auf, gar kein Spaß auf. Aber hier mit diesen Zeichnungen kommt halt Spaß auf und Stimmung auf. Und es ist einfach nur lustig. Weil wir dann auch teilweise haben wir dann schon vor dem, bevor die Karten aufgedeckt worden sind, schon mal geraten, was was sein könnte. Und da sind wir tatsächlich, haben wir da echt oftmals ins Schwarze getroffen. Bei den leichten Begriffen zumindestens. Und manchmal auch völlig daneben. Und da haben sie so, ah, okay, shit, da hätte ich was ganz anderes reininterpretiert und so. Mega cool. Also ich liebe dieses Spiel. Das wird jetzt hier definitiv bei mir ein Dauerbrenner-Absacker werden. Ja, Krakel-Urakel. Richtig, richtig cool. Zwei bis acht Spiele ab zehn Jahre, 20 bis 40 Minuten. Kann man auch mit vier spielen, sobald man einen Stift in der Hand haben kann und auf Linien zeichnen kann, dann kann man das zocken. Richtig cool. Dann zur Abwechslung nochmal ein etwas älteres Spiel, was ich mal wieder gespielt habe, nämlich Caverna Höhle gegen Höhle. Ein Top-2-Spieler-Spiel, was quasi die Caverna-Thematik aufnimmt und bei dem wir auf keinen Fall die Erweiterung brauchen oder uns holen sollten, weil es einfach in der normalen Basisvariante völlig ausreicht und eigentlich auch viel besser ist, weil die Erweiterung ist völlig sinnlos, weil sie einfach das Spiel nur verlängert und derjenige, der quasi am Anfang vorne liegt, auch, ne, man spielt halt erst das Basisspiel und danach die Erweiterung hinterher und guckt dann am Ende, wie die Summe der beiden Partien war und das ist völliger Nonsens, die Erweiterung. Und wir versuchen hier quasi, ja, unser kleines Tableau auszuhöhlen. Wir versuchen Räume auf unser kleines Tableau zu legen, um dann, ja, Ressourcen zu managen, Ressourcen zu generieren und für die Ressourcen wieder neue Räume zu holen, Punkte zu sammeln und einfach schlau unsere Höhle irgendwie auszustatten. Das Ganze ist so ein bisschen Worker-Placement-Mechanismus, es gibt so Worker-Placement-Felder, mit denen wir verschiedene Dinge tun können, genau wie bei Agricola und Caverna skaliert das mit der Anzahl der Runden, also in späteren Runden sind dann auch noch weitere Aktionen verfügbar und stärkere Aktionen. Richtig cooles Ding, wollte ich euch nochmal zeigen, habe ich endlich mal wieder gespielt, hat richtig viel Spaß gemacht und würde ich immer wieder als Zweispielerspiel empfehlen. Es ist eins meiner Lieblings-Zweispielerspiele, aber wie gesagt, Finger weg von der Erweiterung, die ist wirklich schlecht, die bringt einfach neue Ressourcen und ein längeres Spiel und bringt einfach nichts Geiles, Neues. Es macht es einfach nur noch länger und langweiliger fast schon. Deswegen, ja, Caverna, Höhle gegen Höhle, top. Und zum Schluss kommen wir da nochmal zu einem echten Highlight. Hätte ich nicht gedacht, dass es wirklich so gut ist, aber es ist wirklich so gut, Three Chapters. Three Chapters ist auch wieder ein kleines Karten-Spiel von Amigo. Ich würde es als Familienspiel einordnen. Und das Ganze ist eine Kreuzung zwischen Fantastische Reiche, einem Stichspiel und so ein bisschen Drafting. Also es geht darum, wir wollen ein Märchenteam zusammenstellen. Hier gibt es ganz viele kleine Karten, die so Märchenfiguren zeigen. Hänsel und Gretel, Pinocchio, Schneewittchen. Hier zum Beispiel Schneewittchen haben wir hier vorne. Und diese Karten haben alle oben einen Wert und diese Karten haben alle eine Fähigkeit. Und dann geht es darum, dass wir am Anfang erstmal unser Team zusammenstellen, unsere Handkarten zusammenstellen. Das heißt, wir bekommen Handkarten, dürfen immer eine ziehen, müssen den nächsten Stapel weitergeben, kriegen den Stapel von unseren Mitspielern, dürfen wieder einen ziehen. Das machen wir so lange, bis wir sieben beziehungsweise acht Handkarten, je nach Spielerzahl auf der Hand haben. Das ist quasi das erste Chapter, nennt sich das. Also im Kapitel 1 stellen wir das Team zusammen, unsere Hand zusammen. Im Kapitel 2, also Chapter 2, versuchen wir dann, diese Karten möglichst schlau zu spielen. Dann sind wir quasi in dieser Art Stichspiel, obwohl es eigentlich kein richtiges Stichspiel ist, denn es gibt keinen Trumpf, es gibt keinen Bedienzwang, es gibt einfach nur die höchste Karte kriegt den Stich. Und man kriegt den Stich nicht mal, sondern man kriegt einfach nur zwei Punkte, wenn man den Stich gewinnt, aber man kriegt seine eigene Karte wieder zurück und jeder kriegt seine eigenen Karten wieder zurück. Und ja, das läuft dann so, ich spiele eine Karte aus, dann spielt der nächste eine Karte aus, dann spielt die nächste Karte aus, so lange, bis alle eine Karte ausgespielt haben. Dann wird geguckt, wer hat den höchsten Wert auf den Karten. Dann, derjenige hat den Stich bekommen, kriegt also so ein Zwei-Punkte-Chip und dann dürfen alle ihre Fähigkeit, die auf der Karte abgebildet ist, auslösen. Und das ist quasi dann so ähnlich wie Fantastische Reiche, denn diese Fähigkeiten, ja, sind so ein bisschen mit anderen Karten kombiniert oder einzelne Karten bedingen sich untereinander. Das heißt, wenn ich irgendwie Hänsel habe, dann kriege ich irgendwas, wenn auch Gretel da liegt. Das heißt, ich möchte die Karten irgendwie in einem richtigen Moment ausspielen. So, und jetzt wird es ein bisschen tricky, denn am Anfang beim Draften kann es ja sein, dass ich Hänsel draften kann und auch Gretel draften kann, also ziehen kann. Und dann ist die Frage, sollte ich das machen, weil jetzt kommt nämlich das Kapitel 3 zum Tragen. Wenn wir dann nämlich fertig sind und alle unsere Handkarten gespielt haben, alle Stiche und so weiter ausgewertet haben, dann darf ich nochmal alle Fähigkeiten aller meiner Karten, die ich dann in meiner Auslage habe, in beliebiger Kombination oder Reihenfolge auswerten, bevor dann am Ende geguckt wird, wer die meisten Punkte hat. So, und jetzt ist es so, habe ich Hänsel und Gretel zusammen gedraftet, dann kann ich sie während der Stichphase, Stichspielphase, ja nicht zusammen ausspielen. Das heißt, der Effekt wirkt nicht, weil ich immer nur Hänsel oder Gretel ausspielen kann oder nur Hänsel oder Gretel dort offen liegt. Wenn ich sie aber genommen habe und beide habe, dann habe ich sie am Ende quasi in Chapter 3 in meiner Auslage liegen und dann triggern beide. So, das heißt, ich bekomme von beiden den Bonus, weil sie sich gegenseitig bedingen, gegebenenfalls. Also es gibt auch Karten, die bedingen sich nicht gegenseitig, aber das ist ein ganz gutes Beispiel. Oder hier, Twiddle-Lungen und Twiddle-Die zum Beispiel. Oder der Riese und Jack heißt er, glaube ich. Und wenn ich aber die Karten nicht beide gezogen habe, sondern ich habe Hänsel gezogen und einen meiner Mitspieler hat Gretel gezogen, dann ist es erstmal sehr schwierig, Hänsel und Gretel gleichzeitig auszuspielen, wobei beide Spieler das ja eigentlich wollen. Also wenn irgendjemand Hänsel ausspielt und ich habe Gretel auf der Hand, dann spiele ich auf jeden Fall Gretel aus, damit ich den Bonus bekomme. Mein Gegner bekommt den Bonus aber auch und am Ende in Chapter 3 bekomme ich den Bonus halt nicht nochmal, weil nur meine eigene Auslage gewertet wird. So habe ich es auf jeden Fall verstanden. Wenn ich da einen großen Fehler gemacht habe, müsst ihr nochmal Bescheid sagen, aber ich glaube, so wird es gespielt und so haben wir es gespielt. Ja, und dann ist halt die Frage, eigentlich ist es immer geiler, beide Karten auf der Hand zu haben und dann beide Boni am Ende zu haben. Außerdem habe ich das Gefühl, dass die Taktik entweder, ich spiele immer hohe Karten und gewinne immer möglichst alle Stiche für zwei Punkte jedes Mal, oder die Taktik, ich gewinne keinen Stich, muss dann aber auch die Karten haben, die mir am Ende Boni bringen, wenn ich keinen Stich geholt habe, am stärksten sind. So, das in der Mitte, das funktioniert irgendwie gar nicht, habe ich das Gefühl. Ja, also für ein Familienspiel muss ich sagen, mega, diese einzelnen Kartenbedingungen sind wirklich super easy. Meistens sind das irgendwie nur zwei Karten, die sich untereinander bedingen. Also es ist viel einfacher als bei Fantastische Reiche, ist auch viel einfacher auszuzählen am Ende. Aber es nimmt natürlich auch Komplexität. Also es ist dann halt immer nur, ja, keine Ahnung, ich kriege hier irgendwie ein Herz pro anderer, also die haben alle noch so ein Attribut pro andere Zauberstabkarte. Ja, mehr ist es dann halt nicht. Also es ist nicht irgendwie, der blockiert den und wenn ich den habe, dann blockiert der nicht mehr. So dieses Hin und Her, das gibt es hier alles nicht. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass das bei Familienspielern schon ganz gut ankommt. Ich glaube aber tatsächlich, ich weiß halt nicht, ob es balanced ist am Ende. Wir haben jetzt nicht so viele Partien gespielt, drei Partien gespielt, aber bei drei Partien haben wir irgendwie schon gemerkt, dass dieses, ich gewinne, ich muss immer einen Stich holen oder wenn ich alle Stiche hole, habe ich gewonnen. Das war halt immer so. Möchte ich ganz vorsichtig äußern, aber ja, ziemlich geiles Game, was halt wirklich richtig schön einsteigerfreundlich ist und wenn man das dann richtig gut drauf hat, dann kann man in fast das Reiche einsteigen als Familienspieler mit so ein paar Abstrichen, aber nur aus der Kenner-Spiel-Sicht. Also als Familienspiel würde ich sagen, top designed, richtig cool. Coole Distortionen, kann man nicht meckern. Also könnte ich mir auch vorstellen, dass das ganz gut abgeht bei den Familienspielern. Das war's mit dem Gespielt-Video für heute. Sieben Spiele, davon fünf Neuheiten und in den nächsten Wochen kommen natürlich en masse Videos mit richtig vielen Neuheiten, jetzt wo die Messe losgeht, wo die Herbstneuheiten dann alle da sind. Ich freue mich wie Bolle, ich habe richtig, richtig Bock. Ich hoffe, ihr auch. Falls heute schon was dabei war von den Neuheiten, was ihr besonders interessant findet oder was ihr vielleicht auch schon gespielt habt und ja, auch vielleicht mal euren Senf dazugeben möchtet, macht das gerne in den Comments. Ich lese das sehr gerne. Es gibt ja sehr unterschiedliche Meinungen auch zu spielen. Das muss man natürlich immer bedenken. Das Ganze ist natürlich eine sehr subjektive Wahrnehmung. Es kommt auch voll darauf an, in was für Runden man die Sachen gespielt hat. Ja, ich freue mich über eure Comments und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr jetzt noch ein weiteres Video hier auf meinem Kanal guckt. Ich hätte hier zwei Vorschläge, hier oben ein Video und hier unten ein Video. Schaut mal durch, vielleicht ist da was für euch dabei und ansonsten schaut einfach auf meinem YouTube-Kanal ein bisschen rum. Ich habe unendlich viele Videos, nein, nicht unendlich, aber ich habe ein paar Videos zu Brettspielen. Da findet ihr sicher was und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin sage ich, ciao, ciao!